Wir haben geschworen, das war jetzt nur ein Unfall. Sowas kommt vor und wird nicht mehr passieren. Doch mit der Zeit ist das schon mehr als zuvor. Und lässt dich nicht einfach so ignorieren. Ständig fallen wir auf uns rein und über uns hin. Wie kann das immer wieder sein, ist da noch mehr? Freunde bleiben nicht übernach. Und Freunde liegen nicht so da am Morgenblatt. Freunde bleiben, das war uns gemacht. Aber so wie das jetzt läuft, war das eigentlich nicht so ganz gedacht. Und�bleben ist der Tag. Was dasirdisch? Vielen Dank.